Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es ums Active Learning bzw. Feedback Driven Learning. Und ja, mal kurz was das ist. Ihr könnt mit dieser Methode tatsächlich jeden einzelnen eurer Klassifikatoren aufbessern, egal ob ihr semi-supervised oder supervised oder unüberwacht oder wie oder was. Ihr könnt damit einfach alles verbessern und zwar ist der Trick einfach der folgende. Wenn ihr den Klassifikator baut, dann habt ihr zum Beispiel so eine Menge an Daten hier. Das ist jetzt eure Datenmenge, die ist rot. Alles was innen drin ist, ist rot. Hier ist alles rot. Und dann haben wir noch eine zweite Datenmenge, die ist jetzt hier halt, okay, nein, so schwarz. Sowas vielleicht, das sieht jetzt aus wie so ein Viech, was irgendwas frisst. Ha, okay, also hier drin ist alles schwarz. So, und was man jetzt macht, ist normalerweise, man findet so eine Trennlinie, die in etwa so liegt hier. Okay, ja, Problem ist jetzt, Daten, die sehr, sehr nah an der Trennlinie sind, die könnten ja vielleicht mal in die andere Klasse übergehen. Das heißt, es kann passieren, dass ein paar schwarze hier durchaus hier drüben sind und es kann durchaus auch mal passieren, dass ein paar rote hier sind, weil die Trennlinie vielleicht nicht perfekt scharf ist oder weil sie einfach noch nicht so perfekt liegt. Vielleicht liegt sie auch einfach noch aktuell so ein bisschen so oder so und dann haben wir natürlich ein paar Missklassifikationen drin. Was man dann machen kann, ist Active Learning. Und das ist einfach folgendes, Punkte, die irgendwie schlecht klassifizierbar sind von eurem Klassifikator, die kann euer Klassifikator ausspucken und euch fragen, beziehungsweise irgendwelche Experten fragen, die sich damit auskennen, was das jetzt tatsächlich ist. Das wäre dann zum Beispiel der schwarze Punkt hier, da sind wir uns nicht sicher, ist das jetzt rot oder ist das jetzt die schwarze Klasse. Und da kann euch euer Klassifikator einfach direkt als Person fragen, du klassifizier mal das bitte. Also ich kann das jetzt nicht zuordnen, wie ist es denn jetzt tatsächlich und dann holt man sich sozusagen seine Labeltmenge genau auf den Daten, wo man es auch wirklich braucht. Und dadurch kann man den Klassifikator ungemein verbessern, das ist einfach ein geiler Trick. Jetzt gibt es da drei Möglichkeiten, wie wir unsere Label oder unsere Anfragen auswählen können. Und das erste wäre mal die Query Synthesis, wo sich der Klassifikator sozusagen die schweren Daten, die er jetzt nicht auswählen könnte, direkt selbst generiert. Das heißt, ihr habt jetzt einen Datenpunkt, der ist zum Beispiel, lasst mich eine andere Farbe wählen, der ist direkt hier. Und ihr seid euch jetzt nicht sicher, beziehungsweise der Klassifikator ist sich nicht sicher, ist, wenn ich jetzt diesen Datenpunkt irgendwann mal in real betrachte, würde ich den dann rot oder schwarz machen. Das weiß unser Klassifikator nicht, also generiert er genau diesen Datenpunkt hier und spuckt den aus. Selbiges für hier, für hier und für hier. Und dadurch kann man jetzt die Trennlinie genau zuordnen, das heißt die Trennlinie an sich wird schmäler. Wir haben einen kleineren Unsicherheitsbereich um die Trennlinie rum. Das zweite wäre Selective Sampling, das ist wahrscheinlich das, was man sich so am meisten darunter vorstellt. Wir haben ständig irgendwelche beobachteten Daten oder auch Pool-based. Okay, erstmal Selective Sampling, wir haben so ein paar andauernde Daten, das heißt wir fahren zum Beispiel Auto und unser Auto fährt selbst und soll zum Beispiel klassifizieren, wie sieht denn jetzt das Schild da vorne aus, ist das jetzt ein 80er Schild oder ist es keins, ist es ein 60er Schild oder ist es keins. Und jedes Mal, wenn ihr dann gerade im Autofahren seid und euer Auto ist sich nicht sicher, fragt euch euer Auto, du was ist das jetzt konkret, kannst du mir mal kurz helfen. Und das nennt man Selective Sampling, das wäre dann halt, wenn es irgendwie schlecht beobachtbar ist. Pool-based Sampling wäre, wenn wir vorher Auto fahren, also wir fahren noch selber, dann trainieren wir unseren Klassifikator und der hat ein paar Bilder aufgenommen, wo er sich unsicher ist und spuckt uns die aus. Kleines Beispiel dazu, das da hier. Das ist ein super Beispiel dafür, was jetzt euer Klassifikator euch fragen könnte. Und ihr könnt dann wahrscheinlich noch nicht mal mit Sicherheit sagen, ob das jetzt 30 oder 80 heißen soll, denn man erkennt hier nur vielleicht ganz grob, ähm, ja ich glaube es könnte 80 heißen, aber ich bin mir nicht sicher. Also auf jeden Fall, furchtbare Qualität liegt vielleicht einfach an der schlechten Beleuchtung, beziehungsweise einfach daran, dass ihr im falschen Winkel gerade drauf gucken und so weiter und so fort. Und in so einem Fall kann euch euer Klassifikator fragen, denn ich meine, also dass der sowas erkennt, ist halt schon, ja, kann man nicht wirklich zuordnen. Ähm, ich finde das ist durchaus gerechtfertigt, dass der da auch mal ein bisschen Unsicherheit zeigt. Und, ähm, in so einem Fall wirklich würde ich sagen, ist okay. Okay, okay, gut, das war es dann eigentlich auch schon wieder für heute. Das war das aktive Lernen. Nächstes Mal geht es noch ein bisschen weiter mit dem, wobei, ich glaube, das mache ich jetzt noch. Ähm, okay, machen wir jetzt noch. Und zwar das sogenannte Query by Committee. Das Query by Committee ist wieder mal so eine Art Demokratie. Ja, dazu brauche ich wirklich kein eigenes Video machen, das haben wir schon so oft gehabt jetzt. Und zwar, ähm, wir trainieren nicht nur einen Klassifikator auf unseren Daten, sondern wir trainieren halt eine gewisse Anzahl an Klassifikatoren. Und diese Anzahl an Klassifikatoren, die nehmen wir jetzt einfach her und fragen sie, okay, was ist das jetzt für ein Schild oder was sagt uns dieses Schild? Und dann werden wahrscheinlich viele sagen, okay, 80, die werden alle Ja sagen und die, die, äh, 30 sagen, werden zum Beispiel alle Ja sagen und die anderen werden sagen, nö, zum Beispiel 60 ist es nicht, 100 ist es nicht. Ähm, und dann haben wir widersprüchliche Aussagen. Die, die 80 sagen, sagen Ja und die, die 30 sagen, sagen auch Ja. Das heißt, wir haben, ähm, widersprüchliche Aussagen und deswegen, ähm, wenn die Aussagen sofort widersprüchlich sind, dann sagen wir, okay, wir fragen den User beziehungsweise den Experten, was das jetzt ist. Okay, das wäre dann, ähm, ja genau, das wäre das. Ähm, das Ziel ist im Prinzip immer, wenn wir noch ein paar Daten haben, wie zum Beispiel jetzt hier, dann suchen wir uns, ach, jetzt ist es wieder da, schau an, ich habe es versucht in dem Programm, aber da habe ich es irgendwie nicht reingekriegt, hatte nicht richtig funktioniert. Okay, ähm, was wir haben ist im Prinzip immer, wir wollen diese Daten hier möglichst, oder wir wollen die Daten, die wir anfragen, immer möglichst genau so wählen, dass sie uns unseren Raum möglichst gut unterteilen. Das heißt, wir wollen sie immer möglichst nah an unserer aktuellen Trennebene legen lassen und, ähm, sozusagen für uns auch unsicher sein. Das heißt, wir wollen diese Trennebene möglichst gut machen. Also, wenn wir jetzt aktuell Daten haben, wir wissen, dass hier sind Daten, hier, wir wissen, hier sind Daten, dann wollen wir unsere, ich mache das mal ein bisschen sauberer hier, so jetzt, ähm, wir wissen, dass hier Daten sind, ach, so mit weiß auf weiß Zeichen geht mal wieder nicht, wir wissen, dass hier Daten sind, wir wissen, dass hier Daten sind. Was wir dann machen ist, wir fragen und dann kriegen wir ja irgendwie so eine Trennebene wie sowas hier und was wir dann machen, oh, das sieht aus wie ein Gesicht, okay, ich habe heute viel Fantasie, ähm, was wir machen ist, wir fragen Daten möglichst hier oder hier oder direkt drauf an und dann kriegen wir eine Zugehörigkeit entweder links oder rechts und dadurch können wir dann wieder mal unsere Trennebene möglichst genau wieder anpassen. Das heißt, wenn wir jetzt hier sagen, okay, das ist alles links, dann wissen wir, unsere neue Trennebene liegt auf jeden Fall hier vielleicht so oder sogar noch ein Stückchen weiter so und dann können wir, haben wir sozusagen unseren Suchraum halbiert. Denn wir wissen jetzt, hier brauchen wir gar nicht mehr suchen, das ist alles auf der rechten Seite, während hier sind wir uns noch unsicher, das heißt, wir fragen dann wieder hier die Daten an und hier die Daten. Das heißt, wir fragen immer so an, dass wir möglichst viel neues, neue Informationen gewinnen. Okay, ähm, diese Unsicherheitsmaße übrigens, das sind immer noch dieselben, wie wir schon bisher hatten, also irgendwelche Konfidenzen oder sowas, alles dasselbe. Also der kleinste Rand, die Entropie, alles, was wir da schon gemacht haben, kennt ihr eigentlich auch schon. Gut, dann war's das für heute tatsächlich jetzt mal und wir hören uns beim nächsten Mal nicht liken vergessen und, ähm, subscriben natürlich auch und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!